Sub, es wäre ganz nett, wenn du mir meinen Kundschafter wieder bringen könntest. Bin dabei. Er lebt, Luca. Run! Lauf, Luca, lauf! Er läuft schon. Das ist gut. Oh, meine, meine, meine. Oh, Gott, ja, jetzt. Die, ja, natürlich, die Franzosen auf lange Distanz, natürlich, ist mir jetzt sehr gut. Schicker Wall, Luca, muss ich schon sagen. Aha. Aha. Das war so ernst gemeint. Im Ernst? Das glaube ich dir nicht, weil meine ganze Arbeit kaputt ist. Nee, ich meinte nicht, die Schiffsseite sind eigentlich anderer Seite, aber... ich kann ein paar Schüsse lang holen. Das spricht mir auch über die Endscheißdreck. Okay. Komm, ich löse jetzt die Schiffsblockade auf. Mit einem Verzeihwertangriff. Mit einem Verzeihwertangriff. Ach nein. Ich greif von rot an. Ich greif von rot an. Ich baue mich mal auf. Ich bin mir sicher, soll ich euch rot angreifen oder nicht? Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, du machst was. Greif, greif gelb an. Ja, hab ich keine Chance. Aber Kurt, Luca, da komm. Ja, wie gesagt, deswegen greif gelb an. Okay. Ich könnte auch hier diese Dragone ausbilden gegen die. Das finde ich, glaube ich, clever. Nein, meine wunderschöne Bauarbeiterstreit macht. Fuck. Da habe ich auch von rot angegriffen wieder. Oh. Da ist aber noch offen. Ja, Vincent, dein Lager würde mich jetzt mehr erzählen. Ja, ich weiß. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war scheiße. Fuck, ich habe keine Sachen. Dieser Hund. Ja. Das ist möglich, dass er jetzt mal in den Lager reinrennt. 50. Mehr als nur Scheiße. Mehr als nur Scheiße. Vielleicht so hat wie Scheiße. Na, kommt. Warum es hier bleibt, der Siedler? Ich habe keine Ahnung, dass ich weiß, dass das mit Dorfzentrum schon wieder weg ist. rein, da rein, 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 rein. Ja, egal was ich hier mache. Ich denke, es macht nicht so viel Sinn, weil ich hier nämlich niedergemerzt werde und meine Siedler einfach keinen Platz mehr finden. Ach du Scheiße. Egal, ich fühle sie sich auch aber gerade. Seine Siedlung auch gerade. Sobald die Stellung wechseln, hat er eigentlich wenig Chance. So, was heißt wenig Chance? Weniger Chance. Minuten, Männer, ist das sein Ernst? Nein, Rot kommt. Und der mit den letzten Verzweifelten. Scheiße. So knapp. Ich konnte hier nicht in sein Herz treffen. Nein. Dafür greffe ich jetzt immer Rot an. Gön dir. Es war eigentlich nichts, aber es wäre immer auch gut, wenn du endlich deine Häfen wieder aufbauen würdest. Ich bin gerade dabei. Hier. Tada. So, der Angriff ist überlebt. Ich muss jetzt schnell wieder Marmelade angreifen. Weil der Weg ist zu lang. Fuck. Meine notdürftigen Kosenposten. So. Gott, ich habe einfach gar kein Fleisch. Und so. Ich denke, der Angriff auf Marmelade hat mir sowas von gar nichts gebracht. Aber naja. Du bist doch in sein Lager reingekommen. Ja, ich habe auch so eine Kaisernzertschuld. Ist aber jetzt, weil, ich glaube, die Zeit, wenn ich es benötige, dahin zu marschieren, hat er einfach schon neuer Kaisern gebaut. Das ist einfach scheiße. Verstehst du? Ja, aber es ist einfach so. Wir können nichts anderes machen als angreifen und angreifen und angreifen. Und verteidigen. Aber das bringt uns nichts. Ja, deswegen sei ich ja angreifen, angreifen, angreifen. Ich bin schon dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hat wie ein Armee. So. So. Alter, die haben gar keine Chance gegen die, ganz im Ernst. Das geht einfach so krank ab. So. Noch hier ein paar Schiffe und dann geht's ab. Oh Gott, mir fehlt so hart an ... Gut, ich bin ein Stecker mein ganz ... Hast du erst nicht so viel Fleisch um mich dazu, oder? Ich habe 1.500. Ja, okay, bald selber. Gold habe ich jetzt einfach wieder ein bisschen, aber Passt schon Ich habe jetzt auch wieder eine kleine Flotte Vier Schiffe Er angreift einen roten Mann Ich bin dabei Den Fregatten, also der Scheiß Oh, ein Fischerboot Ein Volk Ja Da ist aber auch der Mörserschiff, ne? Das ist sich gleich dein Hafen Scheiße, scharf den Hafen Ich bin unterwegs Der Prozent 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 der Euro 5 5 Prozent gut so wird es nicht sein so viel verkacken und er hat die letzten Schuss aufgerüstet sich auch machen sollen Panzerplatten oder so ein Scheiß. Das finde ich extrem ist gut. Extrem ist gut, scheiße. Das ist, glaube ich, ein kleines Problem auf dem Wasser. Luca, du hast die auch wieder erholt? Wie man es nimmt, ne? Sehr gut. Sehr gut. Das ist gut, dass wir, wenn wir sie angreifen, verhindern, dass sie sich in sie angreifen. Ja, das ist eine Frage, ne? Aber es kommt die Sikam, wo es was geht. Und da ist noch das Möckel. Ich bin dabei. Aber die Sikam, das klingt, alter, okay, doch, der hat eine Viertel-Scheiße. Die Checklose nicht wie rot, dass sie uns schafft, sich gegen uns zu wehren, weil... Und die Checklose nicht wie abgefuckt krank sind diese Karten, das ist ja nicht. Der Scheiße. Er bildet einfach die ganze Zeit immer und immer mehr davon aus. Ach, das kommen wieder Gendarme zu dir. Ich freue mich. Ja, ne? Ja, das sind ein paar. So viel Leben. Ja, ich habe bis zum Glück das abgeschlossen, die Weitentwicklungen. Oh, ja. Ich habe all mein, äh, Holz verprasst. Und ja, der hat zu viele Kanus, kann es im Ernst was tun? Ich frage bloß, wieso er die ganze Menge Gendarme mich angreift und nicht dich. Keine Ahnung. Bist doch hier der beste Gegner von uns für Mensch. Von daher... So, meine Muskeltiere laufen wieder. Na, los. Bin ich wirklich so schlecht. Ich weiß nicht, ne? Also, wenn du das... Ich auch nicht. Dum, dum. Ach ja. Und wieder ein Sinusangriff, der wieder abprallen wird. Fällt doch nicht, weil er hat natürlich jetzt seine Gendarmer bei Luca stehen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Okay, der Weg geht aber schnell weg. Das ist gut. Guck mal, was er so hat. Der Blitzangriff. Ah, da kommen schon die Ersten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schießt, schießt, schießt. So, nächste Flotte. Auf dem Weg. Gönnt euch. Okay, ich glaube, setzen sie genug unter Druck. Guck mal, die haben einfach gar keine Chance. Ich habe 100 Leute hingeschickt. Ich glaube, ich habe es auch mal rot an. Mit 33 in Priam den Darm. Jo. So, jetzt kommen aber die vor dem bisschen zurück. Das reicht nicht. Das ist so scheiße. Irgendwer denn abgoldet, der hat einfach richtig viel, der plus 400, ich habe glaube ich nur plus. Okay, kein Plan. Ich muss auch noch machen. Wie viel Gold hast du gerade so? 1200. Also, falls was geilen willst, nicht genug leider. Ja, ich habe auch nur 3000. Ja, du hast mehr von daher. Ja. Aber es ist nicht zwanghaftig viel mehr. Ja, das steht wie ein Scheißschiff. Oh mein Gott, schaue ich diesmal wirklich. Das wäre ein Erfolg. Also, die Kanus kriegst du weg. Nur habe ich jetzt gar kein Gold mehr. Kannst du mir ein bisschen was geben? Nein, ich habe gesagt, ich brauche selbst das noch. Ich habe die Preizeit angefangen, ich habe sie wieder aufgeladen. Aua. Er kommt. Na los, na los. Gute Gold, du tötest ihn jetzt wahrscheinlich. Ich schicke nicht, warum Rot nicht ins fünfte geht, aber naja. Besser für uns, ne? Jetzt habe ich hier ganz knapp seine Vorteile gelegt. Aber ich denke, ich habe schon genug wieder was nachproduziert, leider. Ja, und das steht immer aus dem Scheiß-Mörser-Schiff, aber das dürfte jetzt auch weg sein, ja. Ich habe zu wenig Gold für die Schiffe. Go, komm, ich brauche es. Ich haue alles in die Schiffe, was ich habe. Ich hoffe, du kannst mich gleich ein bisschen Gold-technisch unterstützen, weil... Ja, wie gesagt, meine, meine Gendarmen verschlingen natürlich auch Unmengen an Gold. Ja, das ist mir leider klar. Nur, verliere ich es wahrscheinlich wieder. Der hat einfach plus 2000, was geht. Ich habe nur plus 1000, das ist gemein. Nicht schon wieder, ganz im Ernst. So, 50 Rotoril, die sollten aber auch nicht reichen. Du gehst wieder in der Armee? Achso, du gehst dran an. Sehr gut. Ich würde dir raten, rennen nach hier hinten rein und töte auf jeden Fall... Wisst ihr? Die Fabrik, die Fabrik. Ich glaube, auf die Holze scheiße, der Baum hat. Von daher... Ich werde die Gänze immer noch auf Skype angeschrieben. Warum geht es das Spiel schon so lange, das ist ja richtig krass. So, eben was möchte ich für uns aus, aber jetzt haben wir uns wieder ein bisschen berappelt, ne? Einigermaßen, ja. Ich würde auch raten, im Arsenal die Weisentwicklung zu machen für die Kavalerie. Ja, ja, das kommt noch. Oh, bewege ich euch doch. So. Hast du auch noch eine Wasserflotte? Äh, zwei. Ja, dann fahr mal in den Hafen ran bei dir. Ne, der hat, äh, drei. Drei Fregatten, die und die sind besser als meine, leider. Hast du denn schon auf Impria? Ne, dazu habe ich viel zu wenig Rusch. Oh Gott. Oh, er muss gehen. Ja, aber man muss sagen, das ist auch nicht gerade so kritisch, weil Ruhe hat sehr, sehr wenig getan in dem Spiel von Neuher. Luca hätte ihn auch wahrscheinlich gleich besiegt. Von daher... Also, wenn wir... Ich weiß nicht, lohnt es sich ja noch, rot anzugreifen, oder sollen wir jetzt uns beide auf gelb konzentrieren? Oh, er vergeht wieder. Die greift mich von hinten, oder was? Ah, ich glaube, ich, äh, mach gleich, äh, hier, Dragone. Zu deiner Frage, Luca, kein Plan. Ich hab gefragt, ob wir... Ja, ich, kein Plan. Ich würd... Du hast doch noch hier Haubitzen, ne? Oder... Ne. Doch, hast du. Ja, ja, stimmt. Hier, die hab ich noch auch nicht gegen. Tschuld. Ähm, du die mal bitte hier zur Küste, wenn ich auch euch angreife. Und du... Die kommen zu dir, die... ...gelben. Die geh ich auch mal zu gelb. Also, Arsenal ist es auch, ne? Bei mir. Sehr gut. Von Rohstoffen her geht's gerade bei mir auch wieder einigermaßen. Perfekt. Ja, ich hab jetzt gelb an. Ach, der war noch einer bei dir? Nee, gäb's nicht. Ja, schon mal mit den, ähm, Mörsern am besten, ähm, mit denen. Du könntest ja mit den Mörsern hierhin gehen, hierhin. Und dann hier den Wall reinhauen. Und dann die Fabrike eingreifen. Oh, ne, wir... Nein, 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 verweck. Er will mich von hierhin angreifen, bitte tölti, Luca. Der will mich hierhin angreifen, oder? Nee, komm zu dir, komm zu dir. Komm zu dir, komm zu dir, komm zu dir. Ganz im Gendarm sind bei mir. Okay, gut, gut. Ich hab hier wieder. Ich hab hier echt Schiss. Ich hab vielleicht kein Holz mehr in meiner Festung. Oder fast 2.000 Punkte, scheiße, scheiße. So hat er jetzt wieder in die Flotte investiert und nicht. Mal gucken. Schon wieder werde ich angeschrieben. Ha, ha, ha. Ja. Er will in 2. Weilbundemung. Aber nicht heute. Alter, der hat drei Welle, äh, zwei Welle, der hat drei Welle gebaut. Oh Gott, da komm ich niemals durch, das war doch ewig. Oh Gott, der drei Welle. Ernsthaft jetzt? Ja, ich kann aber auch mit meinem Mörser nicht einfach so hinmaschieren. Warum nicht? Wenn ich da jetzt einfach... Die sind doch tot, bevor sie überhaupt nicht ankommt. Mach YOLO, du brauchst sowieso nicht. Äh, wenn dann... Ich hab die ja immer stehen, damit der mich nicht viel haben. Die Schiffe waren eben mein kompletter Untergang. Ich weiß, aber diesmal bin ich da. Ich weiß, wie Superhilfe war. Umgenutzt sein gar keine. Ja. Diese scheiß Imperialen. Oh Gott, die schmetzen mich so ab, diese scheiß... Du kannst mir wieder angreifen mit... Hast du volle Kommandopunkte? Hat keinen Sinn, unentschieden. Ich würde sagen, bekämpfen, oder? Ja, ähm... Mal gucken. Es wäre cool, wenn es bei A.G. Funktion geben würde, dass man Spiele pausieren kann und dann irgendwann, wenn alle da sind, dass man es dann weiter fortsetzen könnte. Das ist dann speichern. Man könnte wie Zuschauer entscheiden lassen. Soll ich jetzt gelb angreifen? Ja, gönn dir, gönn dir. Und Schuld noch mit den, ähm... Mörsern, bitte. Solange du, wenn du aber Schiffe durchlässt, dann... ...gibst du mal... ...gibst du mir... ...4.000 von jedem Rohstoff. 4.000? Mir ist scheißegal, wie du das machst, aber... Ja, Luca, ich muss auch... Ja, dann lass halt eben da. Ich weiß, war nur eine Idee von mir. Oh nein, das ist ein bisschen mehr. Aber ich wollte auch Dragona ausbildlich verletzt. Ja. Dragnoro, wenn es vielleicht ganz angemessen ist. Heißt die Dragnoro? Ja, eigentlich schon dachte ich. Dragona. Dragona so. Ja. Mich schon, ja. Was denn für mich schon? Er hat eben geschrieben, dass niemand den anderen besiegen könnte und... Oh, da kommt. Seine Armee. Das ist nicht so gut. Nee, weil ich gerade mein Lotto rübergestickte, ich muss jetzt töten. Kannst du schon wieder ausbilden? Ja, das kann nicht. Das ist kein Problem, gerade. Das ist gut. Oh, fuck, er wird eine riesige Flotte. Er wird wirklich riesige Flotte. Oh, mein Gott, ein Siedler. Ernsthaft, die ist genau dahin, wo die eben reingekommen sind. Versucht man, Siedler einfach nur zu killen. Scheiße. Okay, Luca, er baut wieder seine kranke Flotte auf. Das ist nicht gut. Oh Gott, das ist längst ein Spiel ever. Das wäre, glaube ich, drei Parts mindestens. Oh, kommt, das sind vier Welle. Fünf Welle. Alter, da habe ich ja nicht mal Bock, das zu machen. Da will auch mal Haubitzen aus. Das ist für mich ja nicht Rusch einfach mehr zu sein. So, ich brauche noch mal eine Viertel. Aber es ist ja kein Sinn, die Viertel da anzugreifen, weil der ist einfach richtig krank. Oh, da werden sie niedergemetzelt. Okay, muss gehen. Aber ich muss sagen, war ein guter Kampf. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich, das ist wirklich fair, wenn wir einfach sagen, unentschieden, weil die hätten... Oder... Ich weiß, ob die gewonnen hätten, weil im Moment ist es wirklich unentschieden. Und Roles wäre nicht die beste Hilfe gewesen für Marmelada, muss man doch leider sagen. Ne, geh, 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 weiter, Luca, mit den Hauptwürzen, geh, weiter, geh, weiter. Vor allem nicht da, da stehen noch ein paar... Oder mach's so, aber... Ich denke mal, hier bist du gekillt, leider. Warum? Du lenkst ihn doch ab. Den Habitzen sind ja schon am Angreifen. Klar. Sind aber auch tot. Ja, deshalb, ja. Wachtragona. Oh Gott, Luca, ja. Die haben 99 Angriff gegen... Ich hab, glaub ich, wieder Hoffnung, Luca. Das ist schön, Vincent. 99 Angriff, was geht. Das ist aber... Schlecker. Ich weiß nicht, irgendwie unentschieden wäre dann doch eigentlich das Beste, oder? Kein Plan. Wir können ein bisschen gucken, weil jetzt, glaub ich, haben wir die Chance, weil... ...kenn ich viel früher, die zu... ...dings ausbilden müssen. Dr. Nuro. Dr. Nuro. Dr. Nuro. Es ist mir egal, ich nenne sie Dr. Nuro. Ja, mehr nicht. Hier aus sofort auf Imperial machen. Ho, ho, ho. Und dann geht's ab. Okay, jetzt greif ich noch mal an. Das fehlt auch, äh, Dr. Nuro. Äh, Dr. Nuro müsste ich ausbilden können, ja, kann ich. Ich rüsste ihn nur einmal auf Wach aus, weil sie bei mir noch auf Veteran sind. Mach dich. Oh Gott, das ist die längste Aufnahme bis jetzt, glaub ich, wirklich. Aber hinten scheint er nur einen Wald zu haben. Ja, ich hab auch. Ich versuchte mal da durchzukommen, du... Ja, ich hab' die Länge von vorne, mein blutiges Opfer. Ja, aber ich glaube, mit den, äh, Dragonern... Ja, Dicke, richtig ab, Alter. Ho, ho, ho. Alter, ja, man, Dicke, richtig ab, das war die richtige Entscheidung. Also, wie ich bin, wenn wir früher drauf kommen, hätten wir vielleicht schon früher beenden können. Ja. Ja, jetzt sind wir, wir sind durch, mir dann, durchzu den Wald durchzukommen. Gegen die Massen haben wir dann doch leider keine Chance. Los. Ich geh' von hinten mal rein. Können dir. Da ist nämlich jetzt... super offen ja dieser Grunde war auf jeden Fall richtig Entschuldigung und er hat es wirklich nur einen einzigen Ball warum mache ich die mal hinten durchgehenden durch ne die haben richtig scheiß um Dingsangriff Lenz ist der Fall ist kaputt ja du kannst du nicht hätten einen einzigen Ball der Entnerlehrung der er mich ich halte die hier auf den Tischten nachkommen der heute alles zu mir und der erste Stall ist gefallen ich würde dir raten auf die Fabriken zu gehen ja ich muss aber gerade auch an Stellen vorbeirkt die ganze etwas aus es macht für mich mehr sind gerade um die Bündnis im Haus okay er muss aufgeben okay ich glaube damit haben wir gewonnen er wird das war die Mäste Partie gespült an Material an Marmelade ja er hat hier auf jeden Fall eine sehr große Wallanlage aber ich denke mit den mit den Dragonen hätte ich ihn höchstwahrscheinlich besiegt die sind dann schon echt richtig chillig die Dragonen okay die haben 120 Angriff bei mir wären jetzt gerade auch die imperialen Dragoner fertig geworden aber ja war ein gutes Spiel war ein sehr langes Spiel schreibt meine Kommentare ob es ob es ein langes Spiel gut ist ja dann bedanke für das Zuschauen haut rein ciao